Rechts unten. Hier hin. War ich bisher nicht, weil ich bisher nicht unter Wasser atmen konnte. Okay. So. Gut, dann haben wir das auch. Hier ist nichts mehr. Warum bin ich hier nicht weiter? Wenn wir irgendwie nicht drauf kommen. Hm. So, hier. Wo ich glaube überall hin kann. Hm. Ist auch nichts mehr. In den Mitternachtshöhlen. Okay. Hm. 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 Wo kann ich jetzt nur hin? Hier oben. Hier oben irgendwie. Wir teleportieren mich mal wieder hier hin. Ich hätte mich auch gleich weiter links teleportieren können. Hm. So. Äh. Sprachen wir da das? Dieses Ding bringt mir das was? Nein. Darum blinde ich. so viel geisterlicht habe ich ihm auch nicht mehr hier unten aber da wollte er gar nicht hin so hier Ja, ah Gott. Hier lieber ein Tor. das hier zweimal durch die teiche durch die 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 Okay, hier habe ich Erz, aber weiter geht es hier gar nicht weiter, schade. Okay, hier rauf, links und rauf, und irgendwie nach links kommen, geht schon, so, was gibt ich hier zu holen, okay, bin ich hier, ich muss hier rauf. Okay, hier war ich noch gar nicht. Dunning will schon rein, Gericht untersucht. Okay, und was bringt mir das? Ah, Kampfschotter, okay. 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 Oh. Okay, Kampfschreien lassen wir jetzt erstmal bleiben. Ah, hier links oben ist doch noch irgendwas. Ah, hier links oben ist doch noch was. Ah, hier links oben ist doch noch was. Ah, hier links oben ist doch noch was. Okay, Kampfschreien lassen wir mal bleiben. Hier gibt es auch nichts mehr. Hier rechts oben wird es nur was geben. Runter und rechts. Ah, hier ist der Pia oder? Ja. Hier ist der Pia. 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 3 e lichter verschwunden schimmelwaldtiefen ok weil ich hier nicht runterkommen mal hier hin so falls irgendwer von euch das video anschaut und irgendwie eine idee hat wie zu fähigkeiten kommen wie zum beispiel dass ich den boden zerstören kann und so hier war er schon das macht ja da muss ich nicht nur mal hin da muss ich nicht nur hin hier muss ich jetzt runter hier runter und dann rechts wo hin rechts hier oben ist was ok ok wie auch immer ich da hinkomme erst mal runter hier oben hier oben